hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die nach dem ticket und heute habe ich das handy spiel matching den mann sind ich werde das spiel download also das gleich also ich hatte das spiel schon mal runtergegangen gehabt ich muss es mal wieder installieren weil wieder kein platz drauf war ist also weil so viele spiele immer drauf hat und ich hoffe der alte spielstand ist noch da ich denke schon ich hoffe und ja fortschritt speichern ok aktuelle spiel daten verwenden ich glaube das wird er hier dann hieß ich reddog oder redbartag ich weiß es nicht mehr ach so ich muss ok reinschreiben nicht wie ich hieß lol na gut genau das ist unser letzter stand den wir hatten jetzt vier sterne habe ich noch musste ich hier noch was machen spielen wir erstmal eine runde und dann sehe ich ja wo ich stehen geblieben bin ok 20 von diesen pfällern und teddybären soo oh da fünfff ba ba supi oh nice hmm 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 Ok, ok, ich möchte die beim verbinden, aber ich denke, das schaffe ich nicht. Ich habe noch 13 Züge, komm, wir machen den einfach, ich habe noch 10 Züge. Jo, das war's, super. Ah, ich mache mal Musik an hier. Ja, warum vergesse ich das jedes Mal? Fünf Tage noch, nein, es sind noch keine fünf Tage mehr, es sind noch drei Tage. Egal, aber... Habe ich denn hier nichts? Ich weiß nicht, oh, oh, oh. Ach, hier geht es weiter, genau. Komm, wir öffnen die Tour, schauen, was drin ist. Und... Bäm, 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 was ist da drin? Ist abgeschlossen, kannst du doch nicht hoch, ihr Mädchen. Irgendwie darf ich jetzt einen Stern verballert? Das kann doch nicht wahr sein. Na komm, begrüße mal den Besuch. Ich bin jetzt so ein Züge. Ich bin jetzt so ein Züge, ich bin jetzt so ein Züge. Na gut, dann machen wir das mit Briefkasten. Ah, ich glaube der passt besser zum Haus, ja. Oh, ein Bett? Ich kann mir endlich ein Bett holen. Ach, wird es altes Bett entfernen? Oh ne. Oh. Jetzt sind alle wach. So. Jetzt habe ich keine Sterne mehr. Na super. Also Runde 20. Okay, dann schauen wir mal nach. Okay. Ich glaube das werde ich nicht schaffen, die Runde. Das startet schon sehr bescheiden. Ich habe noch 12 Züge. So good. So good. So good. So good. So good. So good. Und der letzte Zug. So good. 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 Herr der letzte double line. So good. So good. So good. Gratis nehmen wir immer gerne, ein Stern haben wir jetzt, für den ein Stern, öffnen wir die Truhe, schauen was drin ist, so. Jippie, eine Ritterrüstung. Scheisse, ich dachte da wären noch mehr Sterne drin. Das nächste wird das Bett entfernt und ein neues Bett hinpflanzen. Gut, ich sagte mal das war's für heute erstmal. Ich werde mir jetzt noch mein Ticket abholen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschü tschü.